Herzlich willkommen in der Klangscheune, dem Saal des Tonstudios Acoustica. Mein Name ist Jan Żaczek und ich bin Gitarrist und Tonmeister in diesem Studio. Und ich möchte heute fünf Mikrofone mit meiner klassischen Gitarre testen. Das ist einmal das neue Mikrofon Schöps V4, das ist Niere. Dann das neue Mikrofon von Neumann TLM107 auf Niere eingestellt. Neumann TLM49 ist auch Niere. Und das Röhrenmikrofon von Neumann M149 auf Niere eingestellt. Und einmal das Mikrofon mit Kugelcharakteristik Brühl und Kier 4006. Diese Mikrofone werden im Abstand zu meinem Schallloch meiner Gitarre von 55 cm entfernt sein. Und damit die Aufnahme stereophon verläuft, gibt es noch ein paar von Brühl und Kier 4003, also Kugelmikrofone. Die werden aber wesentlich leiser sein als die zu testenden Mikrofone. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020